So, da war klar, wenn es so schwer runterläuft, es ist Ringman, es ist immer Ringman, es ist Short Dust und da laufen, glaube ich, gefühlt 99% Leute rum die Hacke. So, wie er auf ihm klebt. So, Aimboard, Waldeck, vielleicht spinnt er ja noch mal. So wie Scouting Games. Oh mein Gott, du siehst ihn auch hier. Sagen, da spulen wir mal auf. So, lecker. Und jetzt fangen wir mal an. nicht anders gehackt und zack und BÄM alter so da kommt direkt Ringman da geht es auch direkt los das ist ja der Wahnsinn der Maid trifft gar nicht hat der Eisbecker auch mal BUNNYHOABRAUS eigentlich schon abgestoppt finde ich total geil wie mag es denn ja der Eisbecker hat auch jetzt geht es los der Wahnsinn oh Eisbecker da kommt er jetzt wird auf den Boden getriggert wo der Heck so machen wir das Ründchen hier noch und dann vielleicht ist es auch schon wieder alter wie alter was stimmt mit ihm nicht alter der super Spin Hack ja läuft reicht mir zack 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 he he voll aber uuuh Vertigo ja wir mögen Vertigo oh oh das ist warm Oh mein Gott. Okay. Das war jetzt ein bisschen mysteriös. Oh. 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 Ja. Direkt auch reinlöschte. Ich hätte zwei Runden verloren, was der besser ist. Und jetzt sind wir sofort reingeballert. Das ist so der Wahnsinn. Gucken wir mal die Runde noch. Auf dem unten auch. So, weg damit. Weg damit. Weg damit. So. Weg. Da haben wir mal wieder Mirage. Also ich habe nichts gegen Mirage. Aber für den ganzen Tag nur Mirage. So. Das ist schon wieder. Counter-Terrorist win. Demo-Moder. Smoke! In Sanjuri! Vigoy! In Sanjuri out! 2-2-3-4-5-0-0-0-0. ...Area secure. Woll-Egg. In Sanjuri IS. Vor-Zies. Woll-Egg. Ja, danke. Danke. Das ist ein Game. Schön. Du magst. Du magst. Was ist denn meine kleine Buddy-Hop-Pick? Ah, da war er. Er wollte. Ja, komm. Na, komm. Ich muss ja einen 40-60 bei den Gegnern. Mad. Oh, mein Fuß juckt. Eine Fresse. Da muss er bestimmt gleich richtig reinrotieren, ey. Das wäre witzig. Ja. 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 Da muss er. Da muss er hart reagieren. Ja. 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 Das ist schön. Ja. Dann geht's doch. Ich hab da unten auf. Wow. Oh, my shit. 2 3 4 4 5 5 6 7 8 7 9 10 10 10 10 11 11 12 11 12 13 Vorhin bei, deswegen bewerte ich das jetzt einfach mal so, wie es ist. So. So, dann haben wir mal wieder Wego-Wans. Schott da ist. Mal wieder. Seid Mad-Wani-Hop schon wieder wie ein König. Er auch. Oh, genau. Warum auch die Bombe lebt. Aber ja, stimmt. Ich bin Dahű mitá Track. Ich hab die Bombe, was soll ich vorhin werden würde? Die Bombe hier haben problemlos, ist sie besonders schlimm. Hier ist die Bombe. Oh Mann Oh Mann Ja, ein Mod Fertig zack, zack, zack läuft würde ich sagen